Musik 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 Instant Liebe Freunde Aber Jetzt mach jemand an der Moderation Weil es einfach Hammerfett Und voll nach Maggi Stinken in der anderen nicht so gut Ja ist ja gut Ja, schönen Gruß und so Und jetzt zeicken wir mal Let4Dead und wir storten Das ganze Ding jetzt mal Ja, es geht los Ja, es geht los, wir sind alle bereit So Wir stinken alle hart nach Maggi Und gehen damit in den Sumpf Und weißt du auch worum, weil wir es kennen Auf jeden Fall Ja Zur Information, dieses Let's Play Wird auf jeden Fall In Eine neue Leiste rutschen Bei unserem Youtube-Kanal Stars Game Zone Wenn ihr es noch nie gefunden habt und sowas Auf jeden Fall, wenn ihr es mal drüber stolpert Schaut mal rein Und ja Instant liebe Freunde Wie gesagt Ähm Das letzte was ich jetzt sagen wäre Stars Chipsy Online ja Das ist ihre Serie Left4Dead Und das ist die erste Richtig geile Folge Zoomfieber Auf jeden Fall auf Experte hast du eingestellt, Hatzl? Ja klar Auf Experte hat Hatzl ja hier eingestellt Und wir wollen auf jeden Fall ein paar Aufgaben schaffen Und wir sehen, ob das hinkriegen Mh Naja mal gucken So eine hessische äh Bepisste Hütte, Alter Da muss ich immer jetzt reingehen Mh Schön, wenn man da durch Ja Oder ja Nicht laut Ja, wir müssen auf jeden Fall durch Wir müssen aber hier erstmal äh Weißt du was? Ehh Ist es das wo die hier äh Ehh Ehh Was meinst du? Ach quatsch in so Bläder Ehh Ehh Jetzt sind aber andere Waffen da noch Das ist ja eh Ne ich hatte vor uns unten schrubst in der Aber ich hab vor uns diese eine Ne guck mal Warte mal Was ist denn das alter? Das ist eine MP5 alter Ja das regn ja Ehh die kennst du gar nicht Ehh die kennst du gar nicht Vor uns lag ne andere Ja ich nehm auch noch das Medikett hier So wer geht als erstes raus Ja ich und Nova das kann Ich folge Ich hab nicht so Schiss in Ordnung Und du musst ja aber nicht gleich vor Angst einkacken Ja Ich lade nach Die erste ist schon wieder Feuer da Ein Cricketschläger Ein Cricketschläger Kannste knicken ich will mal eine Waffe Ja ich hab hier eine Ja ich hatte mal ne Zeitbombe Scheiße Alter ich gekriecht Das ist so der Oh Gott was wohnt jetzt ab ey Was ich denn jetzt ab ey Wohse fuck von hinten Was Von hinten Also What the hell Yo hallo bei Hälften Ja ich bin gerade dabei gut denn ich nehme Angst komm mal ich brauch Hilfe 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 komm komm Alter was ist denn jetzt los ey das kann sie knicken guck mal da hier hinten liegt oh Hatzel rum Juhu ich liebe Rieben ich muss ja auch mal Medikett nennen Alter ich nenne jetzt Medikett aber legt mich am Arsch muss mich heilen du musst mich heilen du musst mich heilen warte mal was ist denn müssen wir jetzt hinten beim Fass lang ne wir müssen vorne lang ne ja ja fuck ey ey ich kenn das nicht mehr noch oh übelstes Küchenmesser hier ja ich bin doch total ein Noob wir lassen keine alleine hier mal hier bleiben so Waffen wo denn oh ein Küchenmesser oh ne niedlich ey wo kommt ne heute ist die MB5 jetzt neu in dem Game oder was weiss ich ne ich weiss dass das Game auf jeden Fall übelste Updates hatte ne aber ehhhhhhhhh aber das Ding ist hart nach Maggi alter pfff auf jeden Fall acht mal alles säubern hier und dann alle Häuser warte fuck alter du ist weg ist weg oh alter ist echt schwer dein Kopf weggeschön ey wenn wir das überleben ey dann knüsch ich mir ab ey hier ist ne Spritze ja ich nehm die bitte Ardredalin ich hab Ardredalin ich bin voll auf Ardredalin aber ich hab die in den fetten Doktor hier oben ist ein Molotow Cocktail Brand Munition hier was Brand Munition liegt immer ja warte 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 und zwar oh ne jetzt kommen sie WTF oh mein Gott jetzt wird's heiß alter hier ist ein fetter Boomer ey stinkende Risse scheiße ey pfff ey ich kann hier nicht runter nur hier brennts der Ehe ist schon tot ey fickt doch die Henne ey wir müssen ihn dann wieder befreien genau äh bis morgen WTF Mann ich werde dich Bauerntrampel vermissen oh was ist das alter oh hallo also ich bin hier was machst du denn da unten oh Bahamut macht grad nen Nikoschen dort hast du einen gut ähm liebe Zuschauer auf jeden Fall hab ich mich mit äh 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 Storchips hier kurz zu tun also wir werden auf jeden Fall die Aufnahme so lange laufen lassen wie es dauerbar ist wir haben echt keine Zeit das hier zu unterbrechen kotze für mich kotze für mich kotze für mich oh ja ist klar Alter wo kommen denn die scheiß Dinger her ey ey sag mal hab ich den hab ich jetzt grad nen weibischen Bummern gesehen oder was was das ist nicht euer Ernst äh es ist ja zäher als gedacht ich glaube wir verkacken das Ding ja wir verkacken das Ding ja und ich hab ne Errungsschaft hier gemacht mit der Brandmunition na toll ah hast du wo du das ja ich muss gerade was mal anrufen ich hab mich gemeldet oh ah ja genau hier mach Sumo Niko ja ja was mach nice ähm ich hab ja mal vorne ach das Ding zu cool wenn ich ja schiesse mit Adrenalin aber da klingt der Toni bis anders ne hier sind Waffen aber ich denk mal echt dass diese dass diese MB5 ähm hier sind Doppelwaffen wo denn ja okay ich muss auf jeden Fall rein weil ich brauch ne Doppelwaffe echt idiotisch hierher zu kommen ich brauch meine Lula hat allein kein Effekt hier sind Waffen äh hab ich jetzt das Ding ja ich hab jetzt die Doppelwaffe alter weil die hat nämlich ohne den Munition Freunde und das ist auf jeden Fall krass oh da hängt ohhh ne ne nie jetzt warte ihr seid nur bescheuert oder was ne 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 f*** dich man du nixer oh ne ne ich glaub wir sind tot alter was ist denn das oh alter ich bin noch im Arsch jo und wir kommen bestimmt auch ne weiter mach dann nix wir probier das jetzt einfach nochmal wenn wir das dann nimm dann dann wird er sterben mach schon mal nen kurzen Cut dann probier das aber auf jeden Fall weiter oder ja ja glaub weil scheiße nick das war der Pilot scheiße nick das war der Pilot aber als Zombie war er dann nicht mehr so der Mega Pilot oder das stimmt ich glaube der absolute Tiefpunkt des Fluges dann nehm ich mir auf jeden Fall keine scheiß ähm äh hier ähm von wegen utzi ich nehm mal das Schroppflinter alter ohja ich kann mich hart nachm Arschlecken ey so jetzt ja ja hier vorne ist einer alter hier vorne ist einer alter sag alter voll in die Fotze geschossen hier naja auf jeden Fall denk ich mal ne dass die Massen kommen da müssen wir auf jeden Fall übelst schnell weiterlaufen ich nehm die Pillen hier damit wir auf jeden Fall beim Checkpoint also irgendein bei irgendeinem Checkpoint sind ich hab dich schnauze alter fake dich ey geh mal mit deinem hessischen Gesicht aus dem Weg ey aufpassen weißt du fucken wecken 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 es gibt's doch ne alter wie stark sind die Fischer ey warum ein Hunter ist bei mir halt alter ok ich bin tot ich bin echt tot oh jetzt kommt auch noch der what the fuck tank oh ich glaub das müssen wir mal privat machen das Experte das kann man hier im Netzfeld zeigen Alter oh the fuck oh mein Gott alter es ist noch das grüne Zeug da ey bist du mich verarschen ey vielen Dank man bin völlig ausgepumpt es gibt's nicht ey ach so da kommt eh noch immer weiter schießen der Tank ist klar ok ok ja zum zweiten Mal dort ähm gut ok Freunde so wollten wir zeigen wie man Sinn macht wir machen jetzt auf jeden Fall auch mal ins Hauptmühe und sowas es geht überhaupt nicht oder das kannst du knicken ey ey dann mach mal nochmal umgut wir machen jetzt äh hier normal oder beziehungsweise auf einfach die Kampagne wir gehen jetzt einfach nochmal raus was wir auch sehen können und sowas ich mach jetzt hier keinen Cut und sowas also das hat jetzt hier keinen Sinn euch äh nur Fails hier zu zeigen wir gehen jetzt einfach hier raus zum Hauptmenü und äh ja Hatzle wird das nochmal einstellen auf äh einfach eigentlich nur und wir versuchen jetzt die Aufgabe zu schaffen äh Wasserlaichen so zu sagen äh erledigen sie die Sumpfbewohner während sie im Wasser sind und da müssen wir 10 davon erledigen und ich auf normal eingestellt ja und ich für meinen Teil ähm wir machen wir auch leicht jetzt äh weil wir äh wir sind voll in der Aufnahme oder ist aber scheißegal dass ich euch das jetzt sag und ähm ja ne dass wir eben einfach zur Rande kommen ja damit wir irgendwas zeigen können äh wir können ja innerhalb von 3 Minuten hier WTF Alter Experten auch und ein Laul Hammer aber wir wollten es ja auch mehr anders ja dann klappen wir es ja anders aber wie gesagt jetzt haben wir aufs Mal gekriegt ja und das muss man auch mal sehen wir können ja immer nur gewinnen ich starke jetzt ja mach 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 genau so ein Fieber und dann äh geht es los so und wir haben einen Lottebalken wir haben uns nochmal kurz verabschieden Monik, Moderier ab Jo, tschö Jo tschüss tschüss